Willkommen am vierten Tag unserer Challenge. Unser heutiges Ziel ist die gleiche Gewichtschulung. Nimm dazu einen oder beide Smoothie in einer Hand. Schwing das Smoothie hin und her. Währenddessen steckst du das Bein einmal zur Seite, hebst es hoch und stell dich wieder hin. Einmal rechts, einmal links. Den Schwung vermeide wieder, arbeite aus deiner Beinkraft. Dazu schließe nun auch deine Augen. Warum ist das Gleichgewicht so wichtig und was hat es unter anderem mit dem Sehen zu tun? Das erkennst du hier recht schnell. Bei Medi gleitest du von einem Bein aufs andere, ohne abzusetzen. Ein funktionierendes, gut ausgebildetes Gleichgewicht ist die Grundvoraussetzung für vielerlei Dinge, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und die Übung lässt sich noch immer steigern. Verschränke bei Pro eine Hand hinter dem Körper. Spring auf einem Bein hin und her. Die Augen kannst du ruhig auch wieder schließen. Dazu brauche ich nicht viel sagen. Außer, vergiss nicht aufs Lächeln. Wie geht es dir? Fällt dir am Video etwas auf? Heute haben wir unsere neuen Orangen im Einsatz. Für die nächste Übung geh in den Kniestand. Wenn deine Knie mehr Schonung brauchen, rolle dir eine Matte, so wie ich am Video, oder Knie auf einem Polster. Schwing die Arme gleichmäßig hin und her. Ohne dich weit zur Seite zu lehnen, versuche ein Knie knapp abzuheben oder zumindest das Gewicht auf ein Bein zu verlagern. Du siehst am Zittern meines Beines, wie schwer das ist. Spann deinen gesamten Körper an. Deine Muskeln sind kräftig und dein Bauch stabil drinnen. Im Medi schließt du bei der gleichen Übung deine Augen. Oder versuchst es zumindest. Um das Gleichgewicht noch mehr herabzuführen. Nimm bei Pro einen oder beide Ringe in eine Hand. Die andere bleibt leer. Und wie gelingt es dir? Geht rechts und links gleich gut? Eine sehr schöne Übung, die du natürlich auch im Stehen machen kannst, wenn dir das Knien gar nicht liegt. Lege dir die Matte wie ich oder suche dir einen weichen Gegenstand als Unterlage. Bei dieser Übung geht's langsam her. Setze einen Schritt vor den anderen. Verweile immer ein bisschen auf einem Fuß. Steig von einem Bein auf das andere und variiere die Armschwünge. Die Vibrationen erschweren die Übungen und das wollen wir. Die Vibrationen Die Vibrationen Bei Medi steig seitlich auf die Matte und bleib wieder auf einem Bein. Pro spielt wieder mit der Orientierung. Steig von allen zwei Seiten rauf und verweile kurz auf einem Bein. Du darfst ruhig hinschauen, wo du hinsteigst. Das war schon unser vierter Tag und ich freue mich über dein Feedback. 3 4 4 5 4 5 Untertitelung des ZDF, 2020